Hallo, ich bin Lara, Apothekerin in der Medios Apotheke an der Charité und erkläre euch heute was zum E-Rezept. E-Rezept steht kurz für elektronisches Rezept und wird künftig Stück für Stück das allbekannte Rosa-Rezept ersetzen und in digitaler Form. Das E-Rezept wird von deinem Arzt oder deiner Ärztin in der Praxissoftware erstellt und dann in einen geschützten Online-Speicher hochgeladen. Zugang erhältst du mit dem Rezeptcode als Schlüssel. Den kannst du als Ausdruck oder auf dein Handy erhalten. Das E-Rezept kannst du mit dem Ausdruck oder mit deinem Handy direkt in der Apotheke einlösen. Zukünftig kannst du auch mit deiner versicherten Karte das E-Rezept direkt in der Apotheke abrufen, ganz ohne Ausdruck. Wenn du dein oder das E-Rezept deiner Angehörigen online einlösen möchtest, kannst du es uploaden oder uns in der E-Rezept-App direkt von unterwegs oder zu Hause bequem zuweisen. Wir stellen die Medikamente dann bereit zur Abholung oder liefern direkt.